hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einer neuen runde rf4 freunde ja sehr schönes ergebnis ein blauer giebel 3,8 55 auch ziemlich hoch gerade eingetütet ja hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet eigentlich sehr schleppend hier gewesen muss man sagen aber wir gehen ja seit ein paar tagen die giebel wir gucken einfach mal ein bin jetzt eine stunde hier gewesen und nach gewicht gucken wir mal es war nämlich echt nur drei trophäen der war auch schon gut 3,1 aber 3,8 55 also das ausharren hat sich doch noch gelohnt auf jeden fall ja freue ich mich das war auf jeden fall blau nummer 9 passt ja alles 9199 ja so ist es so langsam wird es doch wir stehen hier ja eigentlich bekannter spot direkt am bootshaus anleger und gucken mal kommen den bis nehmen mit beziehungsweise den nehmen mit rechts ist auch noch was darauf guck mal und wieder rein in die gute bude setup habe ich wie folgt gemacht mit einem steinblei dann hier so ein silt mut finde ich sowieso sehr interessant ein geeignete für folgende untergründe schlamm als ich weiß nicht ich benutze das immer so als anthrazit untergrund oder stein untergrund wie auch immer hat er funktioniert 6,8 kilo vorfach das ist das schwarze oder auch anthrazit hat zwar kein effekt die farbe beim vorfall aber ich glaube immer dran und nehmen trotzdem dann diese färbung ja groß einser haken und dann haben wir creme brulee 8 und paar karamell 14 milchcreme und ja passend genannt mein altes pva noch gemahlener biskuit caster gehackte würmer hörselbrei kekse und sonnenblumenöl als dip oder aroma beziehungsweise ja so sind alle drei roten aufgebaut ja jetzt habe ich den scheiß giebel angenommen den wollte ich eigentlich freilassen fällt mir gerade ein damit ich dieses archiv und bekomme was du liebst lässt du frei naja egal vielleicht kriegt man ja noch eine lassen den eben frei das sehe gerade regionaler rekord giebel regional ok das ist in deutschland rekord dann gucken wir mal deutschland laut drogersee liebe sogar auf 1 3 8 5 5 nicht schlecht was ist der absolute hier gucken wie groß werden die dinge so mehr geht nicht mehr geht einfach nicht 3 998 ja wunderbar freue ich mich trotzdem kann man nicht schmecken ja jetzt hier mal gucken was das ding so wert ist clip ist im übrigen hier zehn meter zehn meter clip jetzt gucken wir einfach mal was hier so an geld bei den trophäen die rotaugen letztes mal hier die haben wir auch schon ziemlich gut silber gebracht guck mal okay der blaue 55 deswegen hätten auch freilassen können 30 21 also quasi pro kilo oder gramm zahl die silber ich glaube die rotaugen geben auf jeden fall mehr 200 silber für die will okay wenn wir den jetzt mal ausnehmen alles beim alten 30 giebel 150 silber latale mehr gut wollte ich euch mal zeigen wer vielleicht auch noch einen blauen braucht ist vielleicht als anreiz gedacht vielleicht klappt es bei euch ja auch ich würde es mir auf jeden fall für euch wünschen danke fürs einschalten gerne bis zum nächsten mal habt ein schönes wochenende petri lang p3 und tschüss